Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video und in dem heutigen Video spielen wir mal wieder Streamers Live Simulator und heute ist die zweite Folge dran. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Morgen erstmal mit einem Stream an. Ich stream jetzt hier beim Spielen ein bisschen, dann machen wir was anderes, das erkläre ich euch gleich. Ach du heilige Scheiße. Ach du. 1K. Wir haben 1K gewonnen. Der muss ganz schnell los. I wish that you could save me from my isolation. That's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. So Leute, ich habe jetzt ungefähr 9 Stunden hier im Spiel gestreamt. Wir gehen jetzt schlafen und morgen erfahrt ihr gleich, was passiert. Wir haben jetzt schon eine Dings bekommen. E-Mail oder so, glaube ich. Oder ist das was? Eines von beiden. E-Mail. Sie haben eine neue Rechnung. Och, Digga. So. Ach so, okay. Aber, wir bekommen jetzt auch noch Geld, weil wir streamen und dafür bekommen wir heute Geld. Immer alle 4 Tage. Also im Spiel 4 Tage. Und ja, 160 Dollar würde ich sagen, ist nice. Ähm, ja, da bekommen wir auch noch was. Äh, äh, jo. Und jetzt machen wir auch was Spezielles. Und zwar, es gibt ja zwei, ähm, also zwei richtige Möglichkeiten, das Ganze, also im Spiel Geld zu verdienen. So. Und, es gibt hier ja den Streamer. Und es gibt noch eine andere Variante, und zwar Bitcoin. Bitcoin. Also Bitcoin-Miner. Und ein so ein Miner kostet 750 Dollar. Und, wenn du davon viel hast, lohnen sie sich wirklich sehr. Und das hat gerade genauso gepasst, wie es sein sollte, dass wir 1.000 Dollar bekommen haben. Also, ja, wir kaufen jetzt eine Bitcoin-Miner. Ja. So, und ja, sind wir bei der Stadt angekommen. Äh, ja, und dieser Bitcoin-Mining-Geräte sind hier. Ja, so, oh, egal. Äh, so, da. Ja, äh, wir kaufen uns jetzt noch mal ein. Und, jo, let's go. Na, Hause. So, wir sind zurück. Und, ich park mal das Auto so. Okay. Und, oba. Und jetzt. Letzte. Go. So, also, und wie funktioniert das jetzt? Wir brauchen jetzt einen Code. Äh, das haben wir hier. Äh, 7, aber. 7, 1, 2, 2. 7, 1, 2, 2. Und jetzt generiert das für uns Bitcoin. Wo? Das zeige ich euch jetzt kurz auch. Und zwar. Hier, bei Krypto. Wird dann hier Bitcoin generiert. Jetzt gerade ganz wenig noch. Aber, ihr seht da. Die Gelder. So, ja, genau. Hier ist schon das 1 hochgegangen. Und dann kriegen wir halt Geld. Ohne etwas zu machen. Äh, ja, deswegen ist es halt dieser Bitcoin-Business so gesagt gut. Und wenn wir davon sehr viele haben, generiert das ja auch schneller dann. Und dann habe ich schon auch mal erreicht, dass ich in Minuten halt 2.000, 3.000 und dann, wenn ich nochmal hingepackt habe, so 10.000 in der Minute gemacht habe. Also, was schon wirklich krass war. Also, ja. An dieser Stelle wollte ich eigentlich das Video beenden, aber habe dann am nächsten Tag weitergemacht mit dem Spiel, weil ich einfach darauf Bock hatte. Und, ähm, es war gut, dass ich am nächsten Tag damit weitergemacht habe und das schon in dieses Video eingeschritten habe. Weil, seht ihr selbst, was passiert ist? Was? Und das war nicht mal das Krasseste. Was? Äh, äh, äh. Äh, äh. 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 Äh, ne, 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 ne. Wie bitte? Was? Also, was? Äh, warte, jetzt mal. Ja. Ich habe 5 Kräger einfach gewonnen. Ja. Ach, du heilige Scheiße. Ab jetzt meine Maschinen zu kaufen. Let's go. So, hallo. Äh. Äh. Wie viel habe ich dabei? 6.000, okay. Also, 6 können wir uns kaufen. Auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ja, so in der Hand. Jo, und dann bleiben wir uns noch 1.600. Äh, wir könnten uns noch mehr kaufen. Ne, 6 reicht einmal. Also, 6 reicht einmal wirklich. Und wir müssen eh noch was anderes bezahlen, wenn das so ist. Also, ja. Warte mal kurz. So. So. 1. Äh, warte, warte, was für hier der Code. Ach, Digga. Ach, Digga. 1. 1. 1. 2. So. Und da ist die zweite. Zack. Zack. Die dritte. So. Ein bisschen heiß wird es in der Wohnung. Sicherlich jetzt. Aber ist uns scheißegal. Wenn alles gut läuft, können wir aus dem Geld, was wir daraus gewinnen, eine neue Wohnung kaufen. Also. Weil, man kann sich auch eine neue Wohnung kaufen. Was ich, glaube ich, nicht erzählt habe. Ich zeig's euch gleich. So. Okay. Und jetzt. Gehen wir auf die Crypto-Webseite. Und. Ja. Ja. Ein bisschen schneller. Ja, Digga. 200 Dollar. Einfach so. Perfekt. Läuft. Und. Ja. Hier gibt's halt noch. Ähm. Häuser, die man kaufen kann. Zum Beispiel für 6.000 Dollar. So ein bisschen asiatischen Styler. Ähm. In der Stadt. Eine Wohnung. Und dann gibt's halt. Was wir uns auf keinen Fall kaufen werden. So eine kleine Hütte. Mitten der Wald. Der Wald. Da. Mitten der Wald. Ähm. Und dann gibt's hier die Einfamilienhaus. Und. Also den zweiten Einfamilienhaus. Die zehnmal größer ist als der andere. Aber. Ja. Also ja. Wir müssen dafür noch arbeiten. So Leute. Aber das heutige würde ich jetzt mal beenden. Wir haben. 5.000. Dann. Also. 1.000. Dann 5.000 Dollar. In diesem Rubbelding. Gewonnen. Äh. Und dann haben wir uns noch. Acht Stück. Von denen wir uns geholt. Oder sieben. Sieben haben wir geholt. Weil. Ich hab eins äh. Im vorigen Teil des Videos. Was ich früher aufgenommen habe. Und in diesem Teil habe ich 6 geholt. Also ja. Was jetzt richtig halt Bitcoins meint. Und wir jetzt. 3.200 Dollar. Haben. Also ja. Ich würde dieses Video jetzt beenden. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Lasst ein Like. Da abonnet. Das wird schon nichts mehr zu passen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.